Also wie gesagt, ganz wichtig, mit dem ganzen Fuß drauf treten, damit das Ding nicht ins Kippen kommt. Wenn ihr hier vor der Halb drauf tretet, ihr seht doch, in meinen Schuhen ist es relativ schwer, man wutscht runter, man kann leicht umklappen, das ist gefährlich. Besonders bei dir wirklich, dass du ganz drauf tust. Vor allem, wenn ihr aus der Bewegung drauf kommt, langsam drauf gehen und nicht irgendwie hüpfen, sodass das Ding in den Kutschen kommt.